So, willkommen zurück. Ihr seht hier gerade das Endergebnis von meinem ersten Versuch 2 EP. Dann könnt ihr euch ja vorstellen was passiert ist. Ich habe die ganze Nummer nämlich alleine probiert, aber dazu gleich mehr. Wir gehen direkt so schnell wie möglich rein. Ich wollte nochmal Dank sagen für 97 Abonnenten. Die 100 haben wir jetzt fast erreicht. Also wer noch nicht abonniert hat, jetzt ist die Chance. Helft mir einfach die 100 voll zu machen. Das ist halt einfach so eine magische Zahl, sag ich mal. Und dann was das Gewinnspiel unten betrifft. Wie gesagt, alle Neuen einfach in der Videobeschreibung gucken. Da ist ein Link extra von mir ein Video gemacht, einmal wer ich bin und was es mit dem Gewinnspiel auf sich hat und wie das alles funktioniert. So, für die alten Hasen, ihr wisst ja, Like-Button jetzt bitte vergewaltigen. Beziehungsweise wenn du noch nicht geliked hast, dann jetzt. So, das war das. Dann habe ich noch eine andere Frage an euch. Wie weit seid ihr insgesamt? Seid ihr alle schon am Ende oder hängt ihr noch mittendrin oder gerade neu angefangen? Würde mich halt echt mal interessieren. So, jetzt mal gerade zu der Vorgeschichte. Ich habe es eben solo probiert in der fünften Welle. Es waren noch zwölf Sekunden und ich war kaputt. Zwölf Sekunden. Sonst hätte ich das Ding solo geschafft. Aber auch nur dank Doris Bogen. Hier seht ihr den Bogen habe ich noch der 3. Wähle am Sturmschild-Konsolen-Menü Schild erweitern. Wie hat das jetzt nicht? Ah, doch, ich wollte gerade sagen. Und ich durfte noch die eine Basis neu bauen. So, mal gucken, ob wir jetzt direkt Hilfe kriegen. Weil eben habe ich halt wirklich 10 Minuten lang gewartet und das wollte ich euch nicht antun. Beziehungsweise, ich habe dann gesagt, ich starte jetzt die Runde, sonst wird es halt echt zu lang. Ich hoffe halt einfach, dass es jetzt schneller geht. Warte mal, gerade gucken, wo war eben die Höhle? Ob da jetzt wieder Silbererzen und alles ist? Jetzt muss man schon gucken, warum ich hier den richtigen Weg gehe. Weil ich dachte immer nur, hier gäbe es nur Stein und Holz. Jetzt gehe ich natürlich genau falsch wahrscheinlich. Bambabababam. Mal gucken, ob ich jetzt einen finde. Wie gesagt, eben 10 Minuten gewartet und nichts kam. Keine Sau. Doch, einer kam rein, hat LOL geschrieben und ist wieder rausgegangen. Da habe ich auch gedacht. Dankeschön. Danke für die Hilfe. Mal gucken, wie lange es jetzt dauert. Aber ich hoffe diesmal nicht so lange. Ja, und hier ist es passiert. Die sind alle hier unten gespawnt in der 5. Welle. Kamen hier hoch. Hier hat es mich dann irgendwo umgehauen. Also echt total nervig. Diesmal macht er es auch schon mal anders da. Wartet mal. Die schon mal hier unten ein bisschen festhalten. Zack, zack. Das Wand darf ich so weit reinbauen. So, dann baue ich nämlich hier die Wände um. Und baue da eine Falle hin. Weil genau hier hat es halt wie gesagt eben gescheitert. Ja, die Wand darf ich nicht umbauen, ne? Ach, du bist so. Und der Hund von meiner Schwiegermutter ist immer noch da. Schön wär's. Ne, hier darf ich nicht bauen. Aber hier. Und da habe ich... Der Hund geht trotzdem auf die Falle hin. Hier auf die andere Falle. Ganz dumm. Setzen wir mal. Darf ich hier hin? Ich dachte, das andere ginge eigentlich alles. Setzen wir hier noch eine hin. So, teilweise sind sie auch hier hinten hochgekommen. So, bisschen fallen habe ich noch. So, grad nochmal die anderen Schilder angucken. Wo es nämlich eben auch knapp wurde. Ja, mit dem R2 Schütz nicht genau wo es war. Aber es ist jetzt hier einfach nochmal fallen. So, wie war das hier? Oh, ich möchte euch schon überlegen. Scheiße. Ah, 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 ah. Von wo kam die hin nochmal? Kam die von hier? Boah, ich bin grad echt... Doch, die kamen von hier. Das war nämlich das Problem, dass ich hier unten gar nichts hatte. Die ist mir ganz nämlich echt noch ein bisschen zu vereinfachen. Alles an Fallen hinknallen würde ich da ab, ey. So, hab ich noch Wandfallen im Inventar? Naja, eigentlich jetzt nur noch die. Aber, da kann ich mir hier... Weil die geht ja über zwei Felder. Kann ich mich da hinsetzen, da... So, dann haben wir nur noch eine Bodenfalle. Ne, drei sogar. Dann gehen wir nochmal hier rüber. Ich seh's schon kommen, dass ich nochmal Solo probieren darf. Ah, das ist echt nervig. So, hier sind die nämlich eben... Hier auch hoch. Mach mal da schon mal eine hin. Hier noch ein Feld. Einfach die nur ein bisschen länger zurückhalten. Das ist mein erstes Ziel. So, und hier kamen sie her. Zack, zack. Ah, ihr seht ja, ich hab hier noch gar nicht alles ausgebaut. Das war damals das eine, die Schildverteidigung 5 war das. Da bin ich ja hingegangen und hab einfach Fallen gesetzt. Hab so schon mal eine Grundverteidigung und hab's einfach noch mal probiert. So, kann ich irgendwas an Fallen jetzt mal herstellen? Warte, was hab ich denn hier an den Wänden? Ähm, bebebebebe? Kann ich mirlegen, ob ich hier auch Gas hinsetzen soll. Ja, hierzu kann ich nochmal... Aber es kommt auch einfach keine Sau dazu, ey. Das ist echt nervig, ey. Wohl eigentlich können die ja nur noch hierher. Hängen die hier? Da, ich bin jetzt gerade zu überlegen, wie das jetzt eben abgelaufen ist. Ist das dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. So, die laufen hier durch, hier durch. Da noch eine hin. Zack. Warte mal, kam die hier oben auch her? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wollen wir nämlich hier die Ecke noch zu? Das Problem ist einfach, ich habe halt eben direkt drei Leben verloren. So, jetzt den Hauptturm nochmal. Da hat für mich auch gehangen. Och Gott, ich bin mir lebt, wie der Leben mal da aussah. Und hier bin ich nämlich eben drei Mal gestorben. Das sind hauptsächlich hier durch die zwei. Boah, es könnte doch mal einer dabei kommen. Mann, 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 Mann. Wann soll man denn hier warten, ey? Gleich habe ich noch kein Metall mehr. Wie schnell die auch durch die Level 1 Dinger durchs, ey. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, ne, jetzt haben wir echt keine Materialien mehr. Für keine einzige Falle. Ach, ich will es aber auch nicht schon wieder solo probieren und dann klappt es wieder nicht. Ach, Boden fallen kann ich noch machen. So, jetzt wirklich das Letzte, was ich noch auspacken kann. Das kommt einfach niemand. So, gerade wenn man die neue Base, gerade die letzten paar, wenn auch jetzt nicht viel bringt wahrscheinlich. Ja, hier habe ich ja nicht mal was an der Decke. Ah, hier war glaube ich das Problem, dass die doch da hoch sind. Ich mache das mal weg. Ein paar sind da nämlich auch rüber gelaufen, oder? War das hier? Ne, es war gar nicht hier, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. So, da wieder keiner kommt, probiere ich es jetzt einfach nochmal solo. So, hier schon mal die Wände ändern. Material ändern, benutze ich Stein. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Ist halt scheiße, wenn da einfach keiner kommt. So, auf geht's. Ja, ist genauso wie eben schon mal der Anfang. So, bereite dich auf einen Angriff aus dem Norden vor. Kommt. Ein kleines Kind, total nervös. So. Nein. Nein. Ja. So. Ich will den Bogen aber auch noch nicht zu früh auspacken. Oh, lecken darf ich schon mal überhaupt nicht. Oh, wo ist er? Nein, nicht lecken. Suchen die sich echt die Schwachstelle aus? Tatsächlich, die rennen einmal komplett rumrum. Nein! Ich bin ein Bogen. Oh nein. Ich sage, das Schild muss es nur schaffen bis zum Ende. Und das tut's. Das ist das Wichtigste erstmal. Die Lage hat sich beruhigt. Eine weitere Welle kommt bald. Puh, das man nicht machen kann und dann gleichzeitig noch weiter suchen kann. Doch, kann man eigentlich. Doch, ich glaube ich hätte das auch so einstellen können. Also erstmal egal jetzt. Ich hab neulich mal ein Heilpad gebaut, ich liebe es. Ah ne, hier hab ich von oben. So, eher einfach. So, sind wir schon da? Hallo, lass mich raus. Nein, nicht anzünden. Arschloch. Nein, das darf nicht passieren. Schneller, 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 schneller. Ich bin ein Bär. Man, dieser Slag kommt noch erschwerend dazu. Ich bin ein Bär. Ähm. Sieben. Und. Wo? Jetzt mal Welle Nummer zwei. Bereite dich auf einen Angriff auf dem Osten vor. Ich muss mich auf so viel gleichzeitig konzentrieren. Das ist abartig, ey. So, hier probiere ich es von oben zu verteidigen. Jetzt kann ich die Scheiße wieder mal hier hinsetzen. Verklatschen! Die laufen jedes Mal anders. Ich bin ein Bär. 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 Ich habe die Chance blöd, die Waffen auszusügen. Ich bin ein Bier. Wie soll ich denn das schaffen, ey? Ich war ein Bier. Ich bin ein Bier. Ich bin ein Bier. Ich bin ein Bier abgelassen. Ich sehe hier nichts mehr, ey. Pfff, kramt hoch acht, ey. Ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, ob er tot ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich es. Jemals 14 Sekunden. Boah, was für ein Krampf. Heide, witzgeist. Heide, witzgeist. Ja, genau sowas eben, aber da waren halt 12, 13 Sekunden nur übrig. Hass für ein Krampf, ey. Das darf ja meine Hände so lang schwitzen, wie noch was hat, ey. Ich weiß, wenn das kein Abo oder Like wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wirklich bis jetzt zugeguckt habt. Und als Dankeschön gibt es noch Code 7. Und ihr wisst ja Ladebüten, gleich, liked seid, kommentiert seid, kein Abo da, dann machs jetzt. Also das war definitiv die knappeste Geschichte, die ich bis jetzt im Rettet die Welt hatte. Außer das, wo ich ihn verloren hab. Aber das hier war auch grad auch nicht viel besser. Ich schalte eine weitere Welt. 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 Aha. Ja. 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 Ah, das ist schon mal gut. Halte dich für den Start bereit, Lars. So, was haben wir jetzt alles bekommen? Okay, kommandant, starten wir. Ja. Das ist sicher kein... Für EP haben wir... Ach, mit den EP brauchst ich mal gar nichts. Mal ressourcen, was haben wir bekommen? Ach, die Lamas. So... Bababababam. Hauen wir direkt alle 3. Ich hoffe 1 können wir übrigens aufwerten. Nur 1. Hä, Mensch, wo kann ich auch mehr holen? Ja, was geht? Bitte Silber. Na, wieder klau. Zack. Alle Öffnen halten. Alle Öffnen. Können die nicht Silber werden? Nehmen wir dasselbe von. Außer ne andere Falle oder Waffe. Nein, hast du... Ich liebe es dir gut zu helfen. Da denke ich mir immer die 3 Laben als Head-off behalten können. So, das war das. Dann bereite ich schon mal die nächste Aufgabe vor, was dann endlich Plankerton hinter uns lässt. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Und wie gesagt, Code 7. Kasdan. Macht's gut! und ihr könnt mir complaints